Willkommen zurück bei Frozen State und wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, dass das nicht das Haus ist, in dem ich aufgehört habe, sondern das Haus, in dem man immer anfängt. Richtig, ich musste noch mal neu anfangen, denn es ist ein Update rausgekommen am heutigen Tag und das führt dazu, dass die alten Spielstände nicht kompatibel sind, man also neu beginnen muss. Was bringt das Update? Im Grunde genommen drei große Geschichten, die erste werdet ihr schon gleich gesehen haben, das ist der natürlich schöne große Maus-Cursor, also schön ist jetzt auch so ein bisschen, ja Gott, aber er ist auf jeden Fall größer und er hat mehr Kontrast und lässt sich wahrscheinlich auch draußen im Schneegestöbe immer noch relativ gut verorten. Die nächste große Neuerung ist die Minimap, die jetzt verfügbar ist, die einem also einen Überblick über den Sektor zeigt, in dem man sich im Moment befindet. Selbstplatzierte Strukturen, also so Häuser etc., so kleine Hütten, die man selber bauen kann, werden hier wohl noch nicht ganz korrekt dargestellt, das soll sich aber in den nächsten Updates noch ändern. Man kann hier irgendwie ein bisschen rein- und rauszoomen und das ist eigentlich auch ganz praktisch, dass man so ein bisschen einen Überblick darüber bekommt, wo bin ich denn und wo geht es denn noch hin, das finde ich gut. Und dazu kann man jetzt mit leeren Flaschen, die man einsammelt, Gegner ablenken, also die kann man dann werfen und dann rennen die da hin, wo sie das hergehört haben. Das finde ich auch klasse, weil das natürlich die Stealth-Komponente stärkt, die das Spiel ja ohnehin schon so ein bisschen hat und damit natürlich wieder zur Atmosphäre und zur Stimmung beiträgt. Aber insgesamt ist mir das vom Update jetzt noch ein bisschen, das ist keine Kritik an dem Update, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, dass es mir noch ein bisschen wenig ist, um jetzt nochmal von vorne anzufangen. Ich finde, wir haben in dem letzten Durchlauf doch eigentlich schon eine ganze Menge des Spiels gesehen und man hat festgestellt, dass am Ende die ganzen Sachen, die ich dann so gemacht habe, sich doch schon stark wiederholt haben. Das lebt dann eben davon, wenn man weiß, man hat ein Ziel, man will irgendwo hin. Aber die Map war ja auch noch nicht voll zu erkunden und das ist tatsächlich so gedacht. Also während der Alpha-Phase, während der Early Access-Phase und den dazugehörenden Updates werden immer größere Teile der Map begehbar sein, aber jetzt am Anfang ist es eben noch so ein relativ kleiner Teil und deshalb denke ich, ist das Potenzial, um noch vielleicht ein bisschen weiter damit zu spielen und seine Erfahrungen damit zu machen, durchaus da. Aber für mich, für eine Serie, um euch das zu zeigen, reicht das noch nicht. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb das Spiel zur Seite legen oder deinstallieren werde, auf keinen Fall. Im Gegenteil, ich werde es intensiv weiter beobachten, werde mir die Update-Verläufe angucken, immer mal wieder reinschauen, die einzelnen Updates ausprobieren, sicherlich auch mal ein Video dazu machen, wenn ich denke, hier ist jetzt was Neues gekommen, was es wert wäre für euch, dass ihr euch das mal anseht. Und ansonsten werde ich auf bestimmte, so größere Content-Updates warten. Also es sollen ja noch NPC-Überlebende kommen, was sicherlich einen relativ entscheidenden Teil zur Atmosphäre und Stimmung in dem Spiel beitragen wird und auch zu dessen Umfang. Und wenn so eine entscheidenden Sachen kommen, dann fange ich auch garantiert nochmal eine Serie an und dann können wir uns das alles nochmal in Ruhe und in der Gesamtheit angucken. Auch übrigens, die Campfires sind auch getweegt worden, könnt ihr sehen, die haben ja früher anders ausgesehen, die haben jetzt ein neues grafisches Modell, ist so eine kleine Geschichte am Rande und machen ein bisschen mehr Licht, also der Lichtradius ist erhöht worden und es gibt noch so ein paar kleine Fixes, also diese schwarze Map, die wir, das man nirgendwo hin konnte, das was wir Ende der zweiten Folge gesehen haben, das soll jetzt wohl auch draußen sein und also schon ein gutes Update, gute Neuerungen, aber ich glaube, ich lasse es dann hier jetzt bei dieser zwölften Folge einfach bewenden. Ich denke, man hat einen guten Eindruck bekommen, was das Spiel kann und was es macht. Es ist sehr atmosphärisch, ich freue mich auf die zukünftigen Neuerungen, die kommen werden und ich freue mich schon darauf, wieder eine gute Runde Frozen State spielen zu können, irgendwie mich in dieser kalten sibirischen Landschaft hier irgendwie zu ergehen. Ich finde, also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch beim Zusehen und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.